ARD Text im Auftrag von Funk So, pass auf! Nein, der schmerzt schon wieder! Ich seh' den, der nicht kaputt wird! Ja, ich dachte, der verbrennt vielleicht zumindest! So, weg 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 weg! Ich komm nicht durch! Ich auch nicht! Nein! Scheiße! Was ist das für'n Geräusch? Du hörst dann auch gleich die Flüsser, ne? So! Also ziehen muss man die Dinger aber noch üben! Boah! Heter die F! Bam! Eider Schwede! Sehr schön! Dir gefällt mir die Waffe! Ja, da glaub ich dir! So, äh, 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 äh! Ich hoffe, wir müssen da lang, ne? El! Tschüss! Auf Wiedersehen! Ja, Leiter wird vom Partner blockiert! Ja, der soll mal sein fetter Arsch bewegen! Der Zänker hier! Wir sehen uns dort! Ja, ich bin so fett! Ich komm nicht hinter... Alter, der ist ja schon wieder vorgelaufen! Bleib stehen! Hab ich gesagt! Ich weiß gar nicht, ob wir hier lang müssen! Jetzt soll ich grad fahren! Warte, ich guck mal auf! Nein! Zurück! Warte mal, warte mal, warte mal! Stopp, stopp! Ja, wir müssen der Sache da rein! Wir müssen die Leiter da hoch! Hahaha! Das war ein Scheiß! Was ist das hier? Ja, nur weil du immer die Leitern klettern willst, ne? Immer musst du nach deiner Pfeife gehen, hier! So, das ist schon mal richtig! So! Links rum! Oh, da! Hahaha! Du dreckst da! Hahaha! Haut der wieder ab! Hahaha! 500 Kilo maximal! Ey, da musst du ja eigentlich runterkneiden! Ah, hier ist der Tank! Ich hab's! Ich hab's! Ja, toll! Machst du da alles noch rein! Ich hab's nicht drauf! Oh, du wirst dafür benötigt! Mein Gott! Mach da auch mal was, Mucke hier! Ich hab meiner Frau Pätze, du! Ach, da muss die Knopf drücken! Da hab ich ja nichts mehr zum... reinpacken! Ah, da bist du ja meine Güte! Ja, aber ehrlich, ne? Ich fahre noch ein Päuschen machen hier! Warte ruhig mal am Schalter! So, jetzt geh ich erst mal weg! Hahaha! So, das kannst du mir mal! So, jetzt muss ich mir erst mal umgucken! Ah, siehst du, hier hast du die zwei Dosen übersehen! Ja, ich kann nichts mehr tragen! Oh! Leider! Was ist denn? Kraftstoffdüse nicht bereit! Ja, Pech! Oh, hier liegt noch Medipack! Ja, das hab ich grad... Ey! Das hab ich grad hingelegt! Hahaha! Das waren meine! Oh, das sieht doch gut aus! Ja, Tanker, machst du da nix, ne? Ach so, doch! Partner wartet am Schalter! Ja, und jetzt? Guck mal! Wieder was an der Düse anbringen! Wahrscheinlich da wieder irgendwie was! Manuelle Verbindung? Ah! Oh oh! Sehr schön! Wow! Da kommt auch einer! Ja! Oh! Kippst du dich nicht, du Arschloch! Meine Fresse! Wo bist du denn gleich hier hin, ne? Ja, warte, warte! Oder wohin! Ja! Ja! Die Kraftstoffdüse lösen! Das wird wieder zusammen machen! Okay! Der Tank ist voll! Versuch's nochmal! Schon besser! Gut! Suche den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden! Geh in Deckung! Es könnte heiß werden! Ach so! Also, das wird aber heiß am Arsch! Ja! 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 Ich bin schon da! Oh! 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 Fuck! Ich brenne! Ja! Aber wie! Hahaha! Hahaha! Oh! Scheiße! Hahaha! Oh! Was für eine Kacke! Okay! Also, das heißt wieder zurück! Ja! Hahaha! Oh Gott! Oh! Da kommen ja gleich wieder welche! her! Dann bin ich schon durch! Nein! Du Durts! Ja! Ich dachte er hätte wieder verbrrennen! Doch! weg weg! Ich komm nicht durch! Will ich auch nicht schießen? Nein! Scheiße! Geh auf! Jetzt! Na toll, jetzt steck ich hier fest! Tschüss! Okay! Ja, wo bist du? Ich bin weg! Treppe runter? Ja! Okay, jetzt muss ich noch schießen! Oh fuck, Alter! Alter, was wollt ihr von mir? Scheiße, er kommt, er kommt! Kommt jetzt der Fahrstuhl hier? Ja! Ja! Weg! Wieder hoch? Ich hab keine Ahnung! Schnell mal ein Mittepäckchen nehmen hier! Warte mal! Immer immer eben weh drücken! Okay, ich folge dir! Boah! Nein! Gehst du noch? Nein! Nein! Ich bin gleich tot! Ey! Hier explodiert ja alles! Oh, du bist wieder da! Geht doch! Danke! Und dann müssen wir weg! Ich hab... Boah! Oh fuck, fuck, fuck! Mach! Mach! Ich komm hier nicht weg! Bro! Ich brauche Hilfe! Nein! Nein! Scheiße! Jetzt hat sich nur ein Video auf! Ne! Nein! Oh! Fuck! Wir sind beide gleichzeitig gestorben! Was für ne Scheiße! Abhauen ist echt schwer! Ja! Vor allem wenn du nicht genug Stars dabei hast! Dann musst du echt Spaß damit umgehen! Ja! Und wo? Ach ja, genau! Das war jetzt das! Na, da kommen ja wieder welche! Alter, die braucht nur ein Schuss! Scheiße! Scheiße! Man lasst mich durch! Ja! Ja! Ja, toll! Die haben den Weg blockiert! Ah! Bro, das macht doch Spaß, oder? Ja! Vor allem weißt du auch nicht genau bei den anderen Wegen dann, von wo kommt jetzt die Flamme, ne? Ja, ja! Außer, dass wir jetzt wissen! Ja, genau! Aber vorhin, die da aus dem Feuer kommen, ne? Ich brauche nur einen Schuss, dann sind die tot! Ja, pass auf! Ah! 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 Oh guck, wir sind jetzt sicher in den Arzt! Ah! 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 Also, man muss festhalten, wir haben so 40, 50 Parts geplant und wenn wir so weitergehen brauchen, 70, 80. Garantiert. So, die übernehmen wir es wieder. Oh, ich habe zwei auf einmal gekümmt. Wow. So, jetzt aber. Konzentration hier. Ja, genau, zurück. Nein. Scheiße. Habe ich dir gerade gesagt, ich freue mich, dass dein Counter steigt? Ja, ja. Hab ich es gesagt. Ach, ist das nicht herrlich. Solche Fades sieht man nur bei uns zwei. Und das zu Genüge. Ja, vor allem am Anfang jetzt in der Aufnahme-Session. Ja. So. So, jetzt aufpassen, ne? Aufpassen, aufpassen. So, der geht mir jetzt schon auf den Zünder. Okay, schnell. Okay. Ich bin dein fett in den Arsch, ich will wundern. Ja. Bitte die Startkammer vollständig räumen. So, jetzt. Bitte die Startkammer vollständig räumen. So, ich habe mal eben mein Stays-Dingen aufgeladen. Sehr gut. Wie war das jetzt? Okay, Fahrschule wohl. Hey, wieso? Nein. Oh, fuck. Da haben wir ja wieder unseren Spaß hier. Oh, ja. Oh, fuck. Was ist die auf die... Weißt du, wenn ein Schulz... Da können wir nichts für. Ja, ja. Dann ist hier deine Ex wieder. Ja, der hat sie voll verkackt. Aber volle Bulle. Zwei auf einmal durch die Metze. Ja, ja, ja. Mach doch mal hier nicht so auf. Guck mal, immer noch die Start. Ja. Jetzt. So, aufpassen wieder. So, warte. Ich schieße direkt die Beine weg. Nochmal. Ja. Okay, sehr gut. Dann kann der uns die... Starse aufladen. Startprotokoll wird eingeleitet. Ja, ja. Ich will erst mal hier die Leiter runter. Okay, frei. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Danke. Ich bleib vorsichtig, aber hier stehen. Okay, jetzt. Ich hole den Fahrstuhl. Da kommt er. Jetzt. Rauch, rauch, rauch. Schon da. Wie ging es nun weiter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geradeaus. Ich muss mal ein Minipackchen schlucken. Ja, mach das. Okay, wir müssen hier den Fahrstuhl holen. Nein. Hinter dir, hinter dir. Yes, ich hole ihn. Oh, fuck, man. Oh, jetzt hatte ich sie beide eingeeifft. So ein Scheiß. Oh. Oh, fuck. Reanimieren, 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 dein Partner. Ja. Scheiße. Gott, ich will dich noch niemals reanimieren. Und das trotz unserer innigierenden Beziehung. Ja. Oh, Mann. Okay, also. Wir sind Weihnachten immer noch hier. Und es brennt dann immer noch. Ja. Und... Ja, noch nicht. Jetzt. So, wieder aufpassen. Genau. Geh, geh, geh. Sehr schön. Ja, ja, Protokoll wird eingeleitet. Ja, ja, Protokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Nein! Äh. So. Hast du schon Fahrstuhl geholt? Nee. Okay. Aufzug kommt. Adria SG gerade beschäftigt mit sich selbst. Aufzug mach hin. Ja, schaffen wir auch. Sollst du da aufpassen gleich? Ja. Oh, der geiert hier so rum. Ja. Okay. Oh, pass auf. Hinter dir kommt die gleich. Oh Mann, ich bin doch durchgelaufen. Pass auf. Lebst du noch? Ja. Warte. Ich werde es nicht schaffen. Jetzt komm, komm. Geister, ich bin tot. Nein. Also nicht tot, aber mich musst du reanimieren. Ja, es brennt noch. Ich bin hier raus. Oh, schon wieder. Na mal, na mal. Weiter, pass auf. Jetzt. Jetzt. Komm, komm, komm. Komm rein hier. Oh. Nein. Oh, dieses Scheißfeier. Scheiße. Das gibt es nicht. Oh. Oh, scheiß die Hände an. Will der Kerl vielleicht drüber nehmen? Ich weiß nicht. Habe ich die noch erwür... Oh, nö. Okay, also... Wir haben jetzt hier echt viel Schaden. Ach, im Prinzip ist es egal. Komm, den Bus kann... Den Bus kannst du am Ende sowieso wegschmeißen.